So, die letzten Aufräumen, Einräumen, Sortier-Aktionen-Liste. So, Mutti freut sich, wie ihr Wohnzimmer aussieht. Es nimmt Gestalt an Schatz. Die Katze darf nicht fehlen. Reiseverbreitungen. Schön für Erdogan. Mit einem rechten Scheitel und einem linken Scheitel. Rechts. Wir sind doch hier in Sachsen, Schatz. Da müssen wir doch erkennen, wo wir sind. Schatz, wie ist es denn so? Alles erledigt? Zweimal schlafen? Wüte, Atemstränge. Und hast du schon realisiert, dass wir mal losfahren? Einmal um die Kugel, wenn es klappt. Ich bin skeptisch. Skeptisch? Wegen? Ob man so weit kommt? Das weiß man nicht. Ich wollte ein Abenteuer. Ein echtes Abenteuer. Nicht so ein Verkaufabenteuer. Verkauft das jemand im Katering? Gibt es irgendein Land, wo du Dessert aufräust? Einfach nur aus dem Bauch raus? Gräukchen, auch hier die Berge, Türkei, die Berge. Ach, Türkei, Berge hast du schon rausgesucht? Wo muss man dann langfahren? Ich habe nur bis die Türkei geplant, ja. Ja, und auf jeden Fall dann auch nach Indien und vor Indien. Aber nicht Indien. Stimmt, die Indien waren nicht so hilfreich, ja. Vielleicht wird es ja toll, wenn man so skeptisch ist und so negativ eingestellt Indien gegenüber. Weißt du, kannst du besser werden? Dann kann es ja nur toll werden. Die letzten Vorbereitungen. Laufen! Laufen? Nee, Radeln. Radeln. Weggeradelt. Ach Schatz, ich habe doch aber geschrieben weggefahren.de. Nein. Schatz! So, das erste Mal mit vollgepackten Rädern auf der Abfahrtspartie. Es lächelt. Noch. Bis der erste Berg kommt. Welcher Berg? Nein. Du bist doch hoch. Na klar. Warum? Wir sind doch schon oben. Wir fahren einfach erstmal runter. Na dann müssen wir so fahren, dass wir nicht erst runterfahren. Hahaha. Sie möchte Berge versetzen. Fertig. Dann komm mal los. So Schatz. Ja, große Momente zum Kommen. Du darfst das abreißen. Nein. Darf ich? Ja. So, geht los. Nie wieder zurück zum Schornstein am Sonntag. Das sind wir eben heute, Schatz. Danke. Und in allen Momenten, wo es hier ist, wo ich hoffe, dass ich die, sovie konnte rauskomme. Tief auch. Ach, das passt alles. Denke ich. Jetzt kommen wir hin. Die Alarmanlagenszene war sehr vielversprechend. Erinnerst du dich gestern? Schatz, was das Ding heißt! Oh ja, ich weiß es noch. Gut ist noch, wir haben es lange, dass du es alles bestellt hast. Danke, dass du alles organisiert hast. Danke, dass du es mit Sofie und auch mit der Fahrtschau. Na klar. 2 2 3 T Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.